Wir haben schon glücklich, wir mussten das alles einfach mal rauslassen. Und ich glaube, es war der geilste Abend meines Lebens. Ich weiß nicht mehr viel, aber das war ich gar nicht. Ja, du weißt nicht alles. Du weißt zwischen einschlafen und wieder aufmachen, und du weißt gar nichts. Sicher. Was wir jetzt auf die Lust hatten und mal gemacht haben. Was meinst du gar nicht? Halt dein Maul, aber sag mir gleichzeitig, was passiert ist. Nö, ich sag gar nicht. OZ! OZ! Schlaf nicht ein! Ihr Schweine! OZ! 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 Letzte Nacht werde ich meinen Liebtag nicht vergessen. OZ! OZ! Ich hab viel getrunken, vielleicht etwas zu viel. OZ! 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 Ich hoffe, ich muss auf dem Bühne stehen. Wir brauchen noch ein bisschen was für euch. Ich habe hier so ein Campcorder an der Hand. Wie ihr wisst, machen wir Videos auf YouTube. Ich muss noch ein bisschen hintergehen, um euch alle drauf zu bekommen. Nämlich für die ComCom Show, wir brauchen ein Intro. Das heißt, ich werde von 3, 2, 1 und dann alle herzlich willkommen zu... Bereit? Ich noch nicht. Boah, hier ist noch drauf, warte. Okay. 3, 2, 1! Saugeig, dann machen wir auch direkt ein paar Rom hinterher, wenn es sowieso so gut klappt. Das heißt, 3, 2, 1, warum? 3, 2, 1! 3, 2, 1! Na dann. Ich hatte, glaube ich, noch ein bisschen was hinter der Bühne für euch. Ich guck mal. Kann mir irgendjemand mal so einen kleinen Sack geben, da da liegt... So ein kleines Säckchen. Da eigentlich der Weihnachtszimmer. Oh, die Hunde. Oh, die Hunde. Oh, der Hit! Oh, Initially! Five looks like I upche is full of friends. Oh, is that? Vielen Dank. Ja, dann war's das. Okay, wenn ihr nichts mehr wollt, wir haben alles. Ciao!